Sehr geehrte Damen und Herren, der geehrte Herr Präsident, lieber Herr Schneider, ich würde Sie ja auch gern loben. Aber wissen Sie, wenn Sie nur bei Überschriften bleiben, selbst heute bei Überschriften bleiben, habe ich keinen Grund, Sie zu loben. Im Gegenteil, Sie haben mit dem Senat Müller, auch Sie, Herr Regierender Bürgermeister, auch Sie, Herr Finanzsenator, haben eine neue Zeit angekündigt. Sie wollten für eine neue Zeit stehen, für Investitionen in diese Stadt, für ein Ende dieser imaginären 0,3-Prozent-Linie. Mehr Haushaltsklarheit und mehr Haushaltswahrheit, das sollte das Credo sein. Doch leider ist keine neue Zeit angebrochen, noch immer werden Einnahmen versteckt und Ausgaben mal hochgerechnet, mal geleugnet. Sie geben 300 Millionen Euro Mehreinnahmen zu. Tatsächlich sind es aber 800 Millionen Euro, mit denen wir die wirklich wichtigen Entscheidungen für diese Stadt treffen könnten. Bei den Steuereinnahmen hat der Senat die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November fast unverändert übernommen, Herr Kollatz-Ahnen hat es gesagt. Aber damit leugnet er die stetig wachsende Linie der letzten Jahre. Und die zusätzlichen Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft oder auch im Asylbereich werden nicht veranschlagt. Der Senat kommt lediglich der Pflicht nach, die zusätzlich vom Bund bereitgestellten BAföG-Mittel sowie die EU-Mittel aufzunehmen. Wir begrüßen durchaus, dass der Senat hier den politischen Spielraum nutzt und in Hochschulen, Lehrerstellen für die Integration und in ein Sanitär-Sanierungsprogramm an Schulen investiert. Doch, sehr verehrte Damen und Herren, was ist mit den Ausgaben für die Leistungen an Flüchtlinge? Der Senat prognostiziert schon jetzt mehr als 20.000 Flüchtlinge in diesem Jahr. Und dennoch sind keine zusätzlichen Mittel im Nachtragshaushalt eingeplant. Die vielen zusätzlich benötigten Kita-Plätze, insbesondere für das spätere Einschulungsalter, werden ebenfalls nicht zum Nulltarif zu haben sein. Und, großer Posten, die Minderausgaben für Zinsen. Auch in diesem Jahr werden sie mindestens bei 350 Millionen Euro liegen. Und sie unterschlagen das dieser Stadt. Das Thema BER hat mein Kollege Esser aufgegriffen. Dem schließen wir uns an. Alles in allem Haushaltsklarheit, verehrter Herr Finanzsenator, die sieht anders aus. Das Sondervermögen Infrastruktur und wachsende Stadt wird mit fast 500 Millionen Euro ausgestattet. So weit, so gut. Dafür loben Sie sich ja auch und reisen Sie sich stadtweit. Dem haben wir ja auch soweit zugestimmt. Aber es ist eben auch schon das einzig Gute. Die Überschrift lautet, der Investitionsstau wird aufgelöst. Doch, verehrte Damen und Herren der Koalition, das gehört doch wohl ins Reich der Märchen. Mit Siva parkt der Senat Überschüsse aus den letzten Jahren bis auf unbestimmte Zeit in einem Sondervermögen. Im laufenden Haushalt sieht er jedoch keine zusätzlichen Investitionen vor. Die Steuermehreinnahmen aus diesem Jahr sollen eins zu eins in die Tilgung fließen. Sie erwecken damit den Eindruck, als ob Sie die Stadt mit einem Füllhorn voller Investitionen beglücken würden. Doch Sie wollen in diesem Jahr erst 34 Millionen Euro der Mittel verwenden. 34 Millionen Euro, wahrscheinlich ist das die Summe, die Sie in anderen Bereichen nicht ausgeben. Nicht, dass ich glauben würde, dass Sie mehr als 34 Millionen Euro ausgeben können. Nein, ich bin mir sogar sicher, dass Sie es nicht schaffen werden. Bleibt abzuwarten, ob nicht sogar wieder pauschale Investitionsmittel in Größenordnung zurückgegeben werden, so wie in den letzten Jahren auch. Oder aber, Sie nutzen die 34 Millionen Euro für die Bewerbung dieser Stadt für die Olympischen Spiele. 3,4 Millionen Euro haben Sie ausgegeben, um bei 2 Prozent der Bevölkerung mehr Zustimmung zu erreichen für Olympische Spiele. Mit 34 Millionen können Sie da ja wirklich eine breite Zustimmung kaufen. Aber das, was Sie dann tatsächlich aus dem Sondervermögen finanzieren, soll nur der exklusive Club der Hauptausschussmitglieder und nicht das Parlament als Ganzes beschließen. Sie haben nicht den Mut zu einer transparenten Debatte in der Stadt, was, wie und mit welcher Priorität passieren muss, um den Investitionsstau kontinuierlich abzubauen. Ja, nicht einmal die Fachausschüsse wollen Sie einbeziehen. Sie halten weiter fest an verkrusteten Machtstrukturen und Parteienproporz und lehnen es ab, sich aus der Kettenreaktion von Wahlkreisirritationen zu befreien. Ob dann nur Schneiderabatt oder Lederabatt, Herr Schneider. Insgesamt liest sich doch die Liste der vorgesehenen Investitionen wie ein Sammelsurium von Köstlichkeiten für die bevorstehenden Wahlen im nächsten Jahr. Und, Herr Schneider, Sie haben sich gepriesen, vergessen wir doch nicht, Herr Graf, auch er soll doch in seinem Wahlkreis mit dem Bau eines Multifunktionsbades punkten können. Nur, leider bleibt die Sanierung der vorhandenen Bäder auf der Strecke. Sie haben hier die Standorte für Feuerwehr und Polizei angepriesen. Natürlich sind die Sanierung dieser Standorte unbestritten notwendig, aber die Auswahl ist nicht nachvollziehbar. Und auch mit Ihrem großzügigen Investitionssegen wollen Sie die Bezirke beglücken. Mehr Geld, aber wo bitte, verehrte Damen und Herren der Koalition, bleibt das Personal. Und selbst wenn Personal eingestellt werden darf, kann keiner schnell genug die fehlenden Fachkräfte backen. Schon deshalb ist Ihre Ankündigung der verbalen Brüll- und Prügelstrafe, Herr Schneider, pädagogisch wertlos. Darüber täuscht dann auch das Angebot der Amtshilfe von BIM, Berlinowo oder der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nicht hinweg. Denn auch hier ist doch schon Land unter. Oder warum sonst haben die Hauptverwaltungen in den letzten Jahren Investitionsmittel zurückgegeben und die Bezirke Bauinvestitionen nicht ausgeschöpft. Hier wird Ihr größter Schwachpunkt deutlich. Der ist und bleibt das Personal. Das ist der Bereich, wo Sie permanent mit Nebelkerzen werfen. Ja, wir brauchen mehr Personal für die wachsende Stadt. Immer wieder versprechen Sie den Hauptverwaltungen und auch den Bezirken, mehr Stellen, aber einen Plan für ein strategisches Personalkonzept haben Sie immer noch nicht vorgelegt. Ich sage Ihnen, wenn Sie nicht umgehend klare Entscheidungen treffen, werden Sie mit dem vorhandenen Personal in diesem Jahr noch nicht einmal die Bauschilder aufstellen können. Nach dem Zahlenbude Ihres Vorgängers haben Sie leider die Chance auf eine neue Haushaltspolitik verpasst. Auf der Einnahmeseite wird wieder gebunkert und auch auf der Ausgabeseite macht der Senat sparsam Politik. Sie sagten vorhin, Herr Kollatz-Ahnen, der Senat bewegt sich in der Tradition des Konsolidierungskurses. Wir sagen, diese Politik bewegt sich in der Tradition des Herrn Nussbaum. Und das war Zahlenbude und Rixerei. Würden die Einnahmen und Ausgaben im Nachtragshaushalt vom Senat ehrlich geplant, und da rede ich nicht nur von den Steuermehreinnahmen, sondern auch von den realen und bekannten Ausgaben, dann stünde Berlin über das Sondervermögen, Infrastruktur und wachsende Stadt hinaus mindestens eine halbe Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung. Eine halbe Milliarde für die tatsächlich wichtigen Entscheidungen für die Menschen unserer Stadt. Und vor allem können wir dann und könnten wir dann die gewonnenen Spielräume für kontinuierliche und geplante Investitionen nutzen und nicht nur dann in die Stadt vielleicht investieren oder so tun zu investieren, wenn zufällig Überschüsse da sind. Vielen Dank.